50 Meter bis zur Marke. Das Sehnt und Letzteren ist gestartet. An die Spitze des Feldes strebt hier Wild Viking. Wild Viking geht nach vorne, geht vorbei an Jesse Kiewitzhof, dann Shao Dai vor Erol Bo außen Going Ass an der Innenkante Indies German. Shao Dai greift hier nun Wild Viking an. Es geht in den ersten Bogen hinein. Shao Dai attackiert Wild Viking, dahinter Erol Bo going ass, wird zurückgenommen. Ausgangs des ersten Bogens. Shao Dai außen mit einem Vorteil und übernimmt nun zu Beginn der Tribünengraden das alleinige Kommando von Wild Viking, der ihn passieren lässt. Letztlich dahinter Erol Bo mit innen, Dion Quatsch, mit innen, Jesse Kiewitzhof. Dann Franck Ribéry in der Außenspur Indies German going ass und am Ende Harris Bar. So kommt das Feld an der Tribüne vorbei. 17-2, die erste Zwischenzeit und Shao Dai. Shao Dai ist vorne und führt das Feld von Ziel ab auf die Schlussrunde. Shao Dai, dann außen Erol Bo in zweiter Spur an der Innenkante Wild Viking. Dann Jesse Kiewitzhof mit Franck Ribéry vor Indies German und Going Ass. Das nächste Pärchen, dann Harris Bar. Fehler von Erol Bo, 1000 Meter noch zu tragen. Shao Dai führt das Feld auf die Gegenseite. Shao Dai dahinter Franck Ribéry. Nun in der Außenspur an der Seite von Wild Viking. An der Innenkante viertes Pferd ist Jesse Kiewitzhof mit außen Going Ass. Und so geht es die Überseite entlang. Und an der Startstelle ging es vorbei. 15-4, die Zwischenzeit. Mit Shao Dai steuert als erstes Pferd den letzten Bogen an. Shao Dai außen Franck Ribéry. Shao Dai, Franck Ribéry und Innenwild Viking. Dann in vierter Position Going Ass. Und es geht in den Schlussbogen hinein. 500 Meter sind es noch bis zum Ziel im Krombacher Schlussbogen. Shao Dai, Franck Ribéry. Dahinter lauert Going Ass. Und er greift nun in dritter Spur bereits an. Es geht um die letzte Ecke in der Distanz. Shao Dai im Vorteil gegen Franck Ribéry. Aus in Going Ass. Und jetzt kommt Wild Viking frei. Denn Franck Ribéry kommt nicht weiter. Shao Dai. Shao Dai. Wild Viking versucht es. Shao Dai ist vorne. Wild Viking mit der Schlussattacke. Going Ass in der Luft. Aber Shao Dai liegt zu. Shao Dai. Wild Viking, der will sich nicht abschütteln lassen. Der probiert es. Der probiert es. Aber Shao Dai lässt ihn abprallen. Und ein Wild Viking dahinter. Jesse Kiewitz auf Harry's Bar. rumorsos hier. Gold Eagle.